Übrigens, wenn Sie über Migration sprechen, schauen Sie sich mal die leeren Regale in Großbritannien an. Dann wissen Sie, dass wir Menschen brauchen in ihrer ganzen Vielfalt, damit unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft auch dauerhaft funktioniert. Zur Wirtschaftsministerin, da muss ich wirklich sagen, wer von Ihnen hier in diesem Saal oder in diesem Plenum geht denn bitte in einsteckige Gassen ohne Personenschutz am Abend. Das will ich sehr. Das glaube ich nämlich nicht. Und dass das natürlich ein Problem ist für das Bummeln, das ist doch völlig klar. Das will ich sehr. Das will ich sehr.